Wasser, ein Dorf. Ja, das sind Skeps, möglicherweise. Ja, das stimmt. Die warten auf dich. Oben an der Containerburg sind auch Skeps. Ich würde sagen, wir haben ja sowieso Auskürziger. Guck schnell hier rüber, dann gehen wir ins andere Dorf, das ist auch scheiße, weil der Strom wird wahrscheinlich schon die Skeps alle wegfallen. Ja, ja, guck. Was war denn was? Ja, wo recht vor uns, auch bin ich weit weg. Oh, hier finden wir welche. Auf dich. Ja. Wartet auf sich. Das sehe ich schon wieder nicht. Ich rufe nicht. Direkt mal hoch. Sehen wir sie bei mir hier? Okay. Er schießt hier. Er schießt noch den Stepp. Ich. Warum denn das? Er schießen, der ist hinterm Haus. Er ist angeschossen. Er reicht. Er ist weg, der ist weg. 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 Ich komme hin, ja. Ich komme hin. Hier muss aber noch irgendwo einer gewesen sein. Oh. Es schlumpft hier draußen rum. Okay. Ich komme erst mal zu dir. Ah. Ich will hier nicht bleiben. Alter, ich habe doch was gehört, Mann. So, ich bin erstmal hier drinnen. Oh, ja. Gut, dann kann ich erstmal klippen. Quas. Ja. Quasi. Du hast quasi Quas gefunden. Ja. 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 Squash habe ich schon jetzt die zweite. Jetzt brauchen wir bloß noch Eistee irgendwo her. Mhm. Gibt es eigentlich immer gut und gerne im Skeff-Bunker oben. Ja, sowas mache ich im Kochan als Skeff oder so. Ja, glaube ich. Da findest du es auf jeden Fall am häufigsten. Ja, als Keff findest du nichts mehr. Das kannst du abhauen. Oder die anderen haben es gefunden. Ja, da nicht. Das wissen wir halt nicht. So. Oh. Da ist noch einer für dich, Spucke. Können aber Verletze sein. Ja. Man hört sie immer, aber man sieht sie nicht. Diese Geier. Und dann stehen sie plötzlich vor dir. Mhm. Das ist ein schönes Ding. Nö. Wenn ich jetzt so gut... Alter, das ist krass, Alter. Die Dupe, die etwas schießt, ja. Na, woher? Woher? Ja, schreit. Schwierig. Ich höre die Ratte hier draußen rumschleichen. Dann kann man mit raus. Also aufpassen, dass keiner jetzt von der Containerburg angeschissen kommt. Wo ist der Idiot? Ah, da ist er. Wo hat er stehen? Schnauze! Bist du dich am Zaun? Totes Gans. Ich liege hier beim Skepp. Und nochmal Zucker. Zucker ohne Ende, Mann. Oben an der Containerburg hatten wir noch gar nichts gehört. Nee. Wollen wir da mal hingucken. Unter einem Poker, grünen Eissee, dann rennen wir zurück. Ich liege hier rum. Warte, ich stehe auf, mich erschrecken. Hier bin ich. Ach, da vorne, okay. Na gut. Drei, da fehlen nur noch zwölf. Das geht. Das geht. Das geht. Wenn du einen guten Lauf hast, kannst du es direkt schaffen in einem Rät hier. Ja. 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 Das geht. Das geht, Mann. Warum man hört sie und sieht sie nicht an? Ja, genau. Wo bist du? Lang so laut. Ja. Müsste eigentlich gleich kommen hier. Das sag ich auch nicht. Bleiben ruhig bei. Was ist denn hier gelaufen, Alter? Hm. Hm. Hä? Ja. Das ist am Fluss lang gerannt. Dann kann es wieder vorkommen. Nein, nein, nein. Komm. Also. Nur noch elf. Wenn wir jetzt oben an der Containerfork vielleicht fünf wegmachen. Ja. Möglich wäre es. Also am Skeffbunker Containerport fünf, sechs, fünf. Könnte durchaus drin sein. Die sind in der Zusammenhälfte. Ja. Ja. 50.000 Lachen. Na dann auf Containerburg. Da hat man nichts gehört, aber wir könnten durchaus ... Ja, ich meine, warum sollen die Leute dahin gehen, weißt du? Die haben jetzt vielleicht Jägerquests oder irgend so'n Scheiß. Und dann ... 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 Ist nichts. Okay. Kannst nicht laden. Hey, ich habe hier so ein kleines Männchen gefunden, der sieht ja putzig aus. Ich habe hier mit den schwarzen Haaren. Es gibt verschiedene. Schwarze Haare. Ja, es gibt auch hier mit schwarzen Haaren. Witzig. Witzig. Grotton, so ein Müll. Kannst du nicht so einen Scheiss antreten. Was ist da hin? Was ist da hin? Ja, ist ja witzig. Witzig. Brauchst du schon oben drin? Nee. Kohle kommt rein, Mann. Oh, der ist ja. Ganz genau rechtzeitig. Hätte ich auf ihn schießen müssen. Dann lasse ich mir auch nicht zweimal sagen. So, das teilen muss ich. So, wie viel waren es jetzt? Fünf? Ja. Achso, ich muss nochmal klippen. Hoffentlich zählt das auch. Schau mal, das war was anderes. Shootout Picnic, ja. Naja, nicht, dass es wieder irgendwie waffenabhängig war. Achso. Gut. Dann machen wir mal weiter. Schnell ankippen. So, am Steppunkte rennen wir ja noch. Ok. Da rennen wir sehr schnell. Nicht, dass es ein Spieler war. Oh, das ist ein Spieler. Oh, das ist ein Spieler. Das ist ein Spieler. Scheiße. Eichwärter Blutung, Alter. Eichwärter Blutung, Alter. Und da, dann hilf mir doch mal. Was soll ich denn machen? Ich habe nur noch... Ich habe drei Spieler am Arsch, Mann. Ich habe nur noch ein rotes Bein. Was soll ich denn machen? Achso. Achso. Ach Mann. Ich komme nicht mehr weg. Die haben mir ordentlich Quassalle gegeben hier, die Idioten. Krill, grüß dich. Ach Mann. Kann ich hier eigentlich auch alleine sein? spielen. Ich mache ja alles alleine immer. Ja, das würde ich machen.